Hallo und willkommen bei Unicast, komprimierte Informationen für den interessierten ITler. Heute geht es um Trunas Scale. Dazu gibt es einiges zu sagen und wir starten hier schon mal mit der Installation, die einige Zeit dauern wird, damit es nicht so lang wird. Ike Systems, die Macher hinter Freenas, sind gerade dabei ihr Ecosystem auf neue Beine zu stellen. Ab Version 12 wird Freenas in Trunas Core unbedannt. Besonders interessant ist aber die Ankündigung, 2021 eine weitere Trunas Variante anbieten zu wollen, die auf Debian basiert, nämlich Trunas Scale. Scale ist ein Akronym für Scale, Converged, Active, Active, Linux Containers, Easy to Manage. So, kurz Passwort eingeben hier, dafür brauche ich gerade höchste Konzentration. Nun, Scale und Core sollen sich nur vom OS-Unterbau unterscheiden, dass man die allermeisten Freenas-Komponenten schon seit einiger Zeit so konzipiert hat, dass sie plattformübergreifend funktionieren. Das Ganze ist Open Source, so wie bisher auch. REST-API wird angeboten. Debian 11 ist der Unterbau. Netzwerkfunktion ist für mich hochinteressant, inwieweit das funktionieren wird. Das will ich mir mal anschauen. Das braucht man nämlich für Virtualisierung sehr dringend, eine vernünftige Netzwerkkonfiguration. Es wird wohl, nehme ich mal an, mit Trunas Core 13 nächstes Jahr gleichzeitig vorgestellt werden. Das suggeriert zumindest der Name, der auch hier gleich über den Bildschirm flöckert. Trunas 13 Master steht da kurz. Die ganzen Freenas-Komponenten sind halt schon eben im Laufe der Zeit möglichst plattformunabhängig konzipiert worden, sodass dieser Schritt überhaupt erst möglich geworden ist und die Entwicklung schreitet mit großen Schritten voran. Jetzt kürzlich wurde zum Beispiel die KVM-Virtualisierung angekündigt, die schon testbar sein soll. Das werde ich mir halt auch unter anderem ansehen. Es gibt noch einige Änderungen, die teilweise sogar auch sich mit den Ankündigungen, die für Trunas Core 12 schon angekündigt sind, überschneiden. Dazu gehört zum Beispiel die Umstellung auf OpenCFS. Das hat sich halt in der letzten Zeit so ein bisschen parallel nebeneinander herentwickelt. Manche Leute haben dann halt eben für das ZFS entwickelt, was auf BSD eingesetzt wird. Dann ist aber eben dann auch ZFS on Linux entstanden und dass das irgendwie schwachsinnig ist, haben die dann irgendwie alle eingesehen und gesagt so, wir bündeln lieber unsere Bemühungen und machen nicht alles doppelt, sondern benutzen eine Code-Basis, nämlich die von OpenCFS 2.0, die eben dann auch bei dem Trunas zum Einsatz kommen soll. Und die schauen wir uns dann auch mal ein wenig an, im Speziellen die Möglichkeit, auf Dataset-Ebene verschlüsseln zu können. Das finde ich, ist eine sehr interessante Neuerung, denn bisher gab es keine ZFS-native Verschlüsselung, sondern man musste dieses Gili benutzen, was bei FreeNAS halt immer der Standard war. Und da musste man halt dann entweder sagen, okay, jetzt ein Data-Pool wird verschlüsselt, ja oder nein. Und dann bald kann man dann eben unterscheiden, hier dieser Dataset, dieses Dataset soll verschlüsselt sein und ein anderes, was aber im gleichen Pool hängt, wiederum nicht. Und da schauen wir uns dann unter anderem mal an, wie sich das mit der Verschlüsselung verhält, weil da gab es im Forum einen Thread, wo Leute darüber diskutiert haben, beziehungsweise wo es geheißen hat, dass auch nach einem Neustart anlockte, so jetzt müssen wir ja gerade nochmal hohe Konzentration anwenden, Reboot, und das halt auch nach einem Neustart anlockte Datasets dann auch anlockt bleiben, was so ein bisschen meiner Meinung nach das Konzept der Verschlüsselung untergraben würde. Das werde ich mir mit euch dann heute auch mal etwas genauer ansehen. Eben diese Sache, dann die Netzwerk-Settings und die KVM-Virtualisierung und ja, halt überhaupt, wie man mal ein ZFS einrichtet und mal ein bisschen auf die Menüpunkte klicken. So, der Boot-Vorgang ist zu Ende, 10, 10, 133, man muss auch tippen können, 22, oder was war das? Ne, 12, 12, und dann greifen wir mal hier drauf zu, mit dem Passwort, was wir während der Installation festgelegt haben. Ich habe es natürlich festgelegt, nicht wir, weil ihr schaut nur faul zu und ich mache die ganze Arbeit. So sieht das hier aus. Kommt einem alles sehr bekannt vor, wenn man Freenas kennt. Hier ist dieses wunderschöne Trunas-Logo, Trunas-Scale-Logo zu sehen. Ja, und ich würde sagen, dann steigen wir direkt mal ein mit der Netzwerk-Konfiguration und zwar möchte ich das ein wenig abändern. Das Netzwerk-Interface, was ich hier dem Gast zugewiesen habe, soll keine IP-Adresse beziehen. Stattdessen, das wenden wir jetzt noch nicht an, stattdessen kommt hier eine Bridge hinzu, Namenskonvention BR mit einer fortlaufenden Nummer, Main Bridge. Und statt auf dem Netzwerk-Interface wird dann auf der, oder soll dann auf dem Bridge-Interface die IP sein. Man muss natürlich auch noch ein Gast-Interface auswählen und das haben sie hier schön gemacht, seit 11.3, irgendwann kam das. Jetzt mal schauen. 133.13, die hat sich jetzt geändert. Na gut, das macht ja nichts. Das kriegen wir noch verwaltet. Müssen uns jetzt nochmal neu einloggen und dann die Netzwerk-Konfiguration bestätigen. Die kann dann so bestehen bleiben. Das klappt ja alles hier wie am Schnürchen. Gucken nochmal kurz hier rein. Auch hier haben wir wieder eine IP-Adresse bekommen, diesmal aber auf der Bridge. Wunderbar. Das heißt, für die Virtualisierung steht uns jetzt nichts mehr im Wege. Doch tut es wohl, wir brauchen noch Storage. So, das heißt, wir importieren keinen Pool. Wir werden einen erstellen, nennen den mal Main Pool. Werden den nicht verschlüsseln. Das kommt noch später, das Thema. Jetzt soll es erstmal nur gerade darum gehen, RAID C2 ist auch schön. Jetzt soll es erstmal gerade nur darum gehen, den Datenpool zu erzeugen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Aber funktioniert alles schon mal, nach meinem Gefühl, sehr, sehr gut dafür, dass das ja noch nicht mal im Beta-Status ist. Die Version soll ja erst nächstes Jahr, 2021, erscheinen. Alles klar, einen Pool haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein Dataset. Und auch das werde ich erstmal nicht verschlüsseln. Übernehme jetzt hier etwas, was ich schon mal eingegeben habe. Genau, die Einstellungen vererben, nämlich nicht verschlüsseln und übertragen das Ganze. Und können dann damit eine virtuelle Maschine installieren. Machen wir das doch einfach mal, wählen Linux, Alpine One, wird das System heißen. Naturale CPUs, keine Ahnung, Threads 2, ich weiß gar nicht genau, warum es hier diese Unterscheidung gibt. Wahrscheinlich für Multiprozessor oder so Systeme, keine Ahnung. Create New Disk Image, genau, das wollen wir jetzt und zwar im Dataset KVM. Nehmen wir mal 3 GB, GB, Entschuldigung. Das wird reichen und nutzen hier dann auch die Bridge, die wir erstellt haben, damit das System halt auch ins Internet kommt. Denn ohne Internet geht natürlich heutzutage nichts mehr. Ja, das läuft hier alles wie am Schnürchen hier. Bin ich schon richtig von den Socken. Und starten das System jetzt auch mal. Sieht ja alles fast genauso aus, wie es auch unter Freenas ausgesehen hat. Komm, alte Hardware, du schaffst das. Jetzt komm, ich schaffst das Reboot. Ne, machen wir mal lieber, fahren wir mal lieber runter, Power Off. Und schmeißen mal die CD hier raus. Das funktioniert alles genauso, wie man das auch schon von Freenas her kennt. Können wir ruhig löschen. Und, naja, hier fehlt jetzt der Knopf, um zurückzugehen. Das ist noch nicht ganz perfekt. Das ist das erste Problem, was ich gefunden habe. Ein ziemlich kosmetisches. Und starten das System nochmal. Ja, nochmal verbinden hier. Tiano Core, kommst du? Tiano Core, das klingt fast wie ein Name. Tiano Core, kommst du? Funktioniert wunderbar. Ja, ganz so, wie ich das von anderen Lösungen her schon kenne, die final sind. Kriegt auch wieder eine IP, super toll. Kannst du es sogar mit Passwort anmelden. Kann ins Internet hineinpingen. Ja, ist doch alles Bombe. Also, schon mal ganz große Klasse. Das funktioniert out of the box, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier ein Storage-System. Gucken. Alpine. Das hat es belegt. 3,3 Gigabyte. 1,5 Kompressionsrate. Das ist auch schon mal toll. Ne, dass man hier auch direkt LZ4-Kompression mit dabei hat. Deduplizierung würde ich aus Performance-Gründen wahrscheinlich hier tendenziell in den meisten Fällen nicht verwenden wollen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Sache mit der Verschlüsselung an. Dazu werde ich jetzt hier im Mainpool mal zwei neue Datasets anlegen. Einmal Encrypted 1. Und werde das verschlüsseln mit einem Key. Denn da habe ich einiges zu gelesen, dass es hier Leute gab, die gesagt haben, wenn ein verschlüsseltes Volume unlocked ist, kann man neu starten. Und dann bleibt es unlocked. Und um das mal mir anzugucken, werde ich jetzt hier mal einmal Encrypted mit Key Unlock und einmal mit Passphrase Unlock auswählen. Ja, okay. Jetzt habe ich hier die beiden Datasets, die alle im Mainpool drin sind. Dann machen wir doch einfach mal den Sprung ins kalte Wasser. Starten das System neu. Und dann machen wir das mal. So, System ist hochgefahren. Loggen wir uns nochmal ein und schauen uns den Unlock-Status von den Datasets an. Und wie man sieht, Encrypted 1, das was mit Key verschlüsselt ist, ist noch unlocked. Und das, was mit Passphrase entschlüsselt werden muss oder unlocked werden muss, ist noch locked. Dann machen wir das nochmal hier. Geben wir mal die Passphrase ein, die in eurem Fall natürlich wesentlich stärker ist, als die ich hier zu Demo-Zwecken benutze. Er will jetzt, oder er will mir jetzt erklären, dass er das tun möchte, was ich ihm gesagt habe, was er tun soll. Nämlich anlocken hat er getan. Ja, gut, also erstmal wichtig zu wissen, vorher war es so, wenn man unter Freenas eine Verschlüsselung haben wollte, dann ist das mit Gilly geschehen und Gilly konnte er nur auf Pool-Ebene verschlüsseln. Das ist jetzt neu, jetzt kann man das für einzelne Datasets machen. Wichtig dafür ist aber, dass man das Dataset selbst, wenn man es anlegt, nicht verschlüsselt. Denn sonst ist automatisch die Verschlüsselung für untergeordnete Datasets auch eingeschaltet. Man kann dann nur noch unterscheiden, ob man eben per Key oder per Passphrase entschlüsseln oder anlocken möchte. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit haben wollt, dann halt den Pool nicht verschlüsseln, sondern eben nur die einzelnen Datasets. Ja, also auf mich macht das Ganze schon einen sehr brauchbaren Eindruck, auch wenn es noch fern von final ist. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, gerne auch den Abonnieren-Knopf drücken und wem es Spaß gemacht hat, den Daumen hoch. Danke, tschüsschen.